Das ist die Frage. Doch. Sieht gut aus. Ist das denn normal, dass der bei der FPS-Anzahl immer so rumschwankt? So leichte Schwankungen, ja. Ja, so in Höhe von 1 bis 2 FPS ist es sogar normal. Aber bei Schwankungen von mehr als 2 bis 3 FPS ist es schon unnormal. Naja, bei mir schwankt er jetzt zwischen 48 und 51. Ja, das ist eigentlich noch ziemlich gut in der Toleranz. So. Das sollte eigentlich noch relativ flüssig laufen. Ja, und jetzt schwankt er zwischen 39 und 54. 39 und 54? Ja. 54 ist vielleicht gar nicht mal so kotzig, aber 39 macht mir, glaube ich, ein bisschen Angst. Aber das läuft trotzdem, also es leckt nicht. Obwohl die FPS bei 39 liegt. Okay. Ja, solange es nicht leck ist, ist es ja eigentlich vollkommen in Ordnung. Okay. Beziehungsweise muss man auch drauf achten, ob der Sound dann auch irgendwie so knattert oder so. Wenn das allerdings nur so eine Sekunde, ja, noch nicht mal eine Sekunde ist, dann geht das noch. Ansonsten würde ich mir da erst ernsthaft Sorgen machen. Woher muss ich denn eigentlich überhaupt? Toll, ich bin mir eben gerade voll im Kreis. Ich bin mir eben gespannt. Ich bin mir gerade voll im Kreis. Ich bin mir gerade voll im Kreis. Untertitelung. BR 2018